mit dem erstmal keiner was anfangen konnte. Aber der Empfänger, der hatte dann auch eine Enigma und der wusste, wie er die Rotoren einstellen muss. Um das wieder zu entschlüsseln. Genau, so hat das funktioniert. Und dann haben da 14 oder x tausend Leute in Großbritannien irgendwo gesessen und haben teilweise eine völlig stupide Arbeit gemacht, von der sie gar nicht gewusst haben, was es ist. Sie mussten nämlich gewisse Reihenfolgen, Buchstaben einfach eingeben, immer wieder, immer wieder. Ja, genau so kann man sich das vorstellen, wobei die damals schon sehr viel mit Maschinen gearbeitet haben. Also damals haben die Briten sogar schon computerähnliche Maschinen entwickelt, um eben solche Rotorenbewegungen nachzustellen. Und das waren also echte technische Wunderwerke. Kann man heute in Plätschle Park im Museum beobachten. Also es ist schon absolut faszinierend. Ja, Not macht halt erfinderisch. Das heißt, das war für die Briten einfach ungeheuer wichtig, diese Kauts knacken zu können. Und da haben die wirklich weder Kosten noch Mühen gescheut, um Leute dafür abzustellen und um solche hochkomplizierten Maschinen zu konstruieren. Also echt unglaublich. Das ist ja auch noch teilweise heute so, wenn es bei, also wenn ich mich recht erinnere, bei den U-Booten, wenn da ein U-Boot sinkt, ist sowohl der Amerikaner als auch der Russe zum Beispiel immer bemüht, dass das U-Boot jeweils nicht in die Hand des anderen fällt, weil da auch sehr viel mit Codes gearbeitet wird. Ja, also ich bin jetzt kein U-Boot-Experte. Ich denke, jede Militärmacht hat ein Interesse daran, dass irgendwie die eigenen Sachen nicht in die Hand des Gegners fallen. Sonst kann der ja eben gucken, wie genau das aussieht. Und da spielt natürlich auch die Kodierung immer eine Rolle. Wobei man sagen muss, dass es heutzutage ziemlich fortgeschrittene Technik gibt, die sich zum Beispiel dann auch selber vernichtet. Das heißt, dass da irgendwie, sobald irgendwie Wasser eindringt oder so, sind die Informationen weg. Und da bringt das dann gar nichts mehr. Ja, was war, ich weiß noch, 70er, 80er Jahre, wenn da so ein russisches Atomboot, ist mal eins gesunken irgendwo. Und die Amerikaner haben verzweifelt versucht, das zu bergen, weil da auch unter anderem Codes an Bord waren, die die ganz gerne gehabt hätten. Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Das ist ja heute durchaus auch noch ein Thema. Das bleibt ja immer, ne? Also Codierung oder Verschlüsselung von gewissen Sachen ist ja… Natürlich ist es ein Thema. Allerdings muss man sagen, es gibt heutzutage Codes. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand knacken kann. Wirklich? Gibt es nicht knackbare Codes? Also man kann es nicht beweisen. Also es gibt kein wirklich praktikables Verschlüsselungsverfahren, wo man jetzt im mathematischen Sinne sagen kann, das ist nicht zu knacken. Ich wollte gerade sagen, das beruht doch alles auch… Auf Erfahrung, ja. Nee, aber auf Mathematik doch auch. Natürlich, ja. Klar, auf Mathematik. Und man kann halt nur sagen, es gibt Verschlüsselungsverfahren, die sind seit 30 Jahren bekannt. Verfahrensweise ist öffentlich. Das heißt, da kann jeder angucken, kann jeder hoch und runter im Detail angucken. Und also nach 30 Jahren muss man halt irgendwann sagen, also wenn da eine Schwachstelle drin wäre, dann hätte es irgendjemand entdeckt und wäre unsterblich damit geworden. aber hat halt nie jemand was entdeckt. Von daher kann man da teilweise schon recht sicher sein, dass da nichts passiert. Aber es gibt Sachen, die sind so hochkompliziert, dass man sie nicht knacken kann. Es gibt Codes heutzutage, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu knacken sind. Krass. Die gibt es auf jeden Fall. Und du bist auch unter anderem jemand, der an sowas arbeitet? Ich verwende das eher. Also ich weiß natürlich, wie die Codes funktionieren. Da gibt es Literatur dazu. Und das ist auch öffentlich bekannt. Also man weiß, wie zumindest die wichtigsten Codes alle funktionieren. Und da gibt es heutzutage wirklich sehr gute. Und da habe ich also überhaupt keine Bedenken, dass hier jemand knacken kann. Da kann man sich drauf verlassen. Das ist ja so Sudoku für Fortgeschrittene, denke ich mal. Ja, so kann man es sehen, ja. Gut. Da werden wir ja demnächst ein Volk von Code-Knackern sein, wenn das mit dem Sudoku-Wahnsinn so weitergeht. Ja, wobei es ist schon noch ein Unterschied zwischen Sudoku und dem Code-Knackern. Aber es gibt natürlich gewisse Parallelen, klar. Ist das spannend oder ist es trocken? Also ich finde es unglaublich spannend, muss ich ganz klar sagen. Es ist natürlich, ja, ich muss sagen, es ist heute nicht mehr so spannend wie damals die Enigma. Weil die Enigma, die konnte man noch knacken und die konnte man relativ einfach verstehen. Die heutigen Codes sind insofern ein bisschen langweiliger, weil sie einfach besser sind. Und ja, ich meine, ich werde keine Codes selber entwickeln, weil es einfach genug Gute gibt. Aber es ist natürlich ungeheuer spannend, sich mal anzugucken, wie diese Codes, die es gibt, funktionieren und warum die sicher sind. Also ich finde es ungeheuer interessant. Wobei ich mir immer denke, mit der Rechenleistung der heutigen Computer müsste es doch eigentlich ein leichtes sein. Man kann ja einen Computer programmieren. Ja, aber es täuscht. Also ganz einfache Rechenübungen. Nehmen wir an, ich habe einen Schlüssel der Länge 128 Bit, was ja nun wirklich nicht besonders viel ist. Kann ich locker speichern in meinem Speicher. Und da reicht aber die Zeit bis zum Ende unseres Universums nicht aus, um da alle Kombinationen durchzuprobieren. Also da kann man sämtliche Rechner der Welt zusammenschließen, wenn in dem Ding keine Schwachstelle drin ist, sondern wenn man so quasi den langen Weg gehen muss, ganze Schlüssel durchprobieren, dann hat man keine Chance. Echt? Ja, absolut. Obwohl doch alles auf Mathematik basiert. Das kann man doch alles durchrechnen. Ja, aber das dauert zu lang. Also theoretisch ist das kein Problem. Man muss nur genug Zeit mitbringen. Man weiß ja, wie die Verfahren funktionieren. Und man weiß ja, dass da Schlüssel, also Passwörter, verwendet werden. Und wenn ich eben weiß, wie lang das Passwort ist, dann kann ich natürlich wirklich alle Passwörter, die theoretisch möglich sind, durchprobieren. Und irgendwann kriege ich das Richtige. Nur, wie gesagt, also 128 Bit, da gibt es auch andere Rechnungen. Wenn man irgendwie mal für jedes Durchprobieren so eine minimale Energiemenge annimmt, die man da braucht, da wird am Ende zum Beispiel die gesamte Energie, die pro Jahr auf der Erde produziert wird, nicht ausreichen. Das heißt, da müssen sämtliche Kraftwerke der Welt nur für das Entschlüsseln arbeiten und werden trotzdem bis zum Ende des Universums nicht fertig. Also, es ist einfach nicht machbar. Lässt sich aber ein einzelner Mensch einfallen? Normalerweise ja. Es sollten ja nach Möglichkeit so wenig wie irgend möglich involviert sein in den Prozess, beziehungsweise. Nicht unbedingt. Also, es gibt heutzutage auch sehr viel Literatur über das Chiffrendesign. Das heißt, man weiß eben genau, wie man eine gute Chiffre oder ein gutes Verfahren designen muss. Und das machen dann oftmals mehrere zusammen. Kann aber auch ein einzelner, also so dieses aktuell wichtigste Verfahren, der sogenannte AES, das waren zwei Belgier, die sich das Ganze ausgedacht haben. Und die haben das zu zweit gemacht. Es gibt aber auch Verfahren, da waren fünf oder sechs Leute daran beteiligt. Sind die reich geworden? Also, die beiden AES-Erfinder kann man erst mal sagen nein, weil die Voraussetzung dafür eben war, dass sie auf Lizenzgebühren verzichtet haben. Das heißt, die haben ein Verfahren entwickelt, was weltweit als Standard gilt, was alle einsetzen. Allerdings kam es eben nur so weit, weil die von Anfang an gesagt haben, sie verzichten auf eine Entlohnung dafür. Aber ich glaube, die können auch so ganz gut leben. Also, schon allein von den Vorträgen, die die halten, können die, glaube ich, werden die nicht verhungern. Andererseits stelle ich mir die Frage, wie beweisen die, dass es nicht knackbar ist, zum Beispiel ein Code? Steigen Computer aus? Nein. Also, wie gesagt, man kann es nicht beweisen. Also, dieser erwähnte AES könnte theoretisch sein, dass morgen jemand daherkommt und sagt, ich habe die Schwachstelle gefunden, ganze Dinge sind sich zusammengefallen, ich kann alles entschlüsseln. Könnte theoretisch sein, aber das Verfahren hat ja einen mehrjährigen Wettbewerb überstanden, wo wirklich alles auf dieses Verfahren geguckt hat, was Rang und Namen hat in der Branche. Das Verfahren ist jetzt seit fast zehn Jahren bekannt, in jeder Einzelheit. Wenn jemand auch nur eine entfernte Schwachstelle drin finden würde, könnte er schon unsterblich damit werden, sage ich mal, in der Szene. Also, es ist sehr unwahrscheinlich, dass da was passiert. Merkt man woran? Weil der Computer tilt? Man merkt einfach, weil man, also der Computer spielt bei der Analyse erstmal gar keine so große Rolle, sondern man guckt sich einfach an, wo könnte die Schwachstelle von dem Verfahren sein. Und wenn man halt wirklich keine findet, dann irgendwann muss man halt sagen, dann nützt auch ein Computer nichts. Also, ein Computer kann ich auch nur programmieren, aber wenn ich keinen Ansatzpunkt dafür habe, wie ich den Computer programmiere, sondern einfach sagen muss, das Ding hat keine erkennbare Schwachstelle, dann muss ich halt aufgeben. Und es gibt da ja auch Abstufungen. Also, man wäre ja schon quasi zufrieden, wenn man nur theoretische Schwachstellen finden würde. So quasi eine vereinfachte Version, wenn man wenigstens die knacken könnte. Aber das hat man bisher auch noch nicht geschafft. Und wenn es mit der vereinfachten Version nicht geht, warum soll es dann mit der richtigen gehen? Da steckt doch richtig Geld drin. Also, könnte man eigentlich richtig fett Geld machen? Ja, kommt darauf an. Also, wie gesagt, es gibt viele Verfahren, die eben frei verwendbar sind. Damit kann man leider kein Geld verdienen. Das Geld kann man eher mit dem verdienen, was ich dann eben notgedrungen mache, mit der Beratung. Also, ein Unternehmen sagen, so müsste das einsetzen, damit es funktioniert. Du sagst gerade notgedrungen. Das hört sich so an, als wäre das so wie eine Ersatztätigkeit für etwas, was du eigentlich machen würdest. Ja, also so weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, die meisten Kryptografen, also Kryptografie nennt man Verschlüsselung, die meisten Verschlüsselungsexperten haben natürlich das Problem, dass sie die Verschlüsselungstechnik sehr interessant finden. Aber der Kunde hat natürlich andere Fragen. Der fragt nicht danach, ob die Verschlüsselungstechnik interessant ist, sondern der fragt, wie viel kostet das Ganze und wie kann ich das Ganze kostengünstig machen. Und es ist sicher selbstverständlich. Das ist das Wichtigste. Genau, und ich meine, da geht es mir dann wahrscheinlich, wie vielen Radiomoderatoren oder Kulturschaffenden auch. Man kann halt nicht immer das machen, was man am liebsten machen würde, sondern man muss das machen, wo man dafür bezahlt wird. Das ist auch wieder wahr. Bist du durch diese Tätigkeit auf andere Geschichten gekommen, Parawissenschaft und so weiter und so fort? Nur ganz nebenbei. Also es gibt ja diesen berühmten Bibelcode, der natürlich auch ein bisschen was mit Verschlüsselung zu tun hat. Und es gibt auch immer wieder Leute, die dann eben auch so parawissenschaftlich behaupten, so nach dem Motto, alle Verfahren, die es gibt, sind von dem Geheimdienst X zu knacken. Außer dem Neuen, was ich jetzt da geschrieben habe, das ist ganz revolutionär und guckt her, ich bin der Genie und so. Also solche Leute gibt es auch in der Szene. Das hat dann natürlich schon etwas mit Skeptiker und GWOP zu tun. Erzähl uns noch was über den Bibelcode. Ich habe den Film nicht gesehen, diesen Sackelec ist doch das, ne? Ja, nein, du meinst den Da Vinci. Oder Da Vinci Code. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Achso, das sind zwei verschiedene, ein paar Stiefel. Ich habe, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die Dan Brown nicht gelesen haben. Ich habe ihn auch nicht gelesen. Aber man muss sagen, der Dan Brown mit dem Da Vinci Code ist auch nicht unbedingt ein Verschlüsselungsproblem. Das ist eher eine kunsthistorische Frage, ob dieser Da Vinci da irgendwelche Symbole in seine Bilder reingezeichnet hat. Das ist keine Verschlüsselung in dem Sinn. Beim Bibelcode, wenn es den wirklich gäbe, dann wäre es schon eine Form der Verschlüsselung. Da wird nämlich behauptet, dass eben in der Bibel geheime Botschaften versteckt sind, die dann meinetwegen die Terroranschläge am 11. September 2001 vorhergesagt haben. Und ich meine, das wäre natürlich eine echte Sensation. Das wäre der Hit. Genau. Aber es stimmt halt nicht. Also ich meine, das ist so ein typisches Thema, wo sich jeder drüber totlacht, der sich auskennt. Aber trotzdem hat der Autor von...